Herzlich willkommen zu dieser Videobesichtigung von Marquardt Immobilien. Mein Name ist Martin Marquardt und wir sind Immobilienmakler in Bad Kissingen. Wir haben uns auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert, vor allen Dingen auf Eigentumswohnungen zur Selbstnutzung oder vermietet, Häuser zu Wohnzwecken, Einfamilienhäuser, Doppelaushälften, Reihenhäuser und Kapitalanlagen wie vermietete Eigentumswohnungen oder zum Beispiel Mehrfamilienhäuser. Unser Tätigkeitsbereich ist von Bad Kissingen ungefähr 50 Kilometer Umkreis im Norden Richtung Fulda, im Süden Richtung Würzburg, Richtung Schweinfurt und gelegentlich auch darüber hinaus Richtung Bamberg-Erlangen, Frankfurt oder Richtung Norden, teilweise bis hin nach Berlin. Wie immer bei unseren Besichtigungen handelt es sich hier beim Trailer-Video, das heißt ich werde zwei, drei Worte zu dem Objekt sagen, in dem wir uns heute befinden. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit auf unsere Webseite zu gehen, sich das vollständige Exposiv freizuschalten und bekommen dann weitere Informationen wie zum Beispiel die Adresse vom Objekt, weitere Bilder, Aufnahmen, 360-Grad-Aufnahmen, die Vollversion vom Video, Unterlagen zum Haus etc. Wie immer bei unseren Besichtigungen handelt es sich um eine 360-Grad-Besichtigung, das heißt Sie haben die Möglichkeit, während ich mit der Kamera durchs Objekt gehe, die Ausrichtung der Kamera in alle Richtungen zu schwenken. Sie können zu mir schwenken, von mir weg, zum Boden, zur Decke, links, rechts, wie Sie belieben, in alle Richtungen. Das geht natürlich von der Umsetzung sowohl dann auf dem PC als auch auf einem Tablet oder einem Handy. Was haben wir hier heute? Ich befinde mich in einem sehr großen Wohn-Ess-Bereich, Küche in einer sehr zentralen Innenstädtlage von Bad Kissingen und die Wohnung, in der ich mich befinde, soll vermietet werden. Also kein Kaufobjekt diesmal, sondern ein Mietobjekt. Die Wohnung ist hochwertig ausgestattet. Wenn Sie die Kamera runter schwenken, sehen Sie Vinylboden in einer Holzoptik. Dieser Vinylboden zieht sich durch, auch durch den Flur und in andere Zimmer. Das Bad und das Gäste-WC und der Abstellraum, wo auch der Waschmaschinenanschluss ist, die sind neu gefließt mit 60 x 60 Fliesen. Es ist überall Fußbodenheizung. Wir haben eine Deckenhöhe von circa 3,65 Meter. Wenn Sie die Kamera von mir wegschwenken, auf der gegenüberliegenden Seite sehen Sie eine Küche über L. Da sehe ich von Siemens einen Backofen. Rechts daneben ist eine Siemens-Kühlgefrier-Kombination. Spüle, dann ein Induktionskochfeld von Neff. Einbauküche also schon mit drin. Sehr großer Bereich hier, circa 40 Quadratmeter würde ich schätzen. Es heilt ein bisschen durch die Hecken, durch die Deckenhöhe, durch das Volumen. Sehr große Fenster, wenn Sie zur Seite schwenken, rechts von mir, links von ihm, sehen Sie, dass die Fenster recht hoch sind. Deswegen kommt sehr viel Licht rein. Und dann gehen wir von hier aus Richtung Flur, kommen dann zu den weiteren Zimmern. Also es handelt sich im Endeffekt um eine Drei-Zimmer-Wohnung. Hier ist alles komplett neu gemacht. Wohnungseingangstür, Wohnungstüren, Wände, Elektrik, Küche, Bad etc. Alles neu und hochwertig. Also wir haben zum Beispiel hier an den Fenstern, haben wir auch Blisees von der MHZ. Sie haben die Einbauküche mit den hochwertigen Geräten. Ich kann auch mal einen Schwenk machen, dass Sie einen Eindruck bekommen. Normalerweise machen wir das erst in der Vollversion. Hier unter den Revisionsklappen ist die Steuerung von der Heizung. Wenn ich jetzt mal hier stehen bleibe und Sie schwenken die Kamera, dann sehen Sie hier vorne die Aufnahme von den von den Türen. Es sind noch keine Standardtüren. Das ist jetzt das Schlafzimmer mit dem begehbaren Kleiderschrank. Ich werde das in der Vollversion, werde ich das weiter erläutern. Und ich stelle die Kamera mal hier hin, dass Sie schwenken können. Also Sie haben hier diese angesprochenen Fliesen 60x60 in so einem Beige Ton oder Anthrazit halb hoch gefließt. Abgeschlossen mit einer Edelstahlleiste, Hänge WC, Unterputz, die Sonne fällt gerade rein, freistehende Badewanne. Hier vorne die Kombination mit Waschtisch und Hängeschrank. Hier ist über ein Glaselement, das abgetrennt, Heizkörper, begehbare Dusche mit drin. Und dahinter ist dann noch der Abstellraum mit Waschmaschinenanschluss und so weiter. Ich wollte Ihnen nur einen kurzen Einblick geben, dass Sie wissen, um was für eine Wohnung es sich hier handelt, dass es keine Standardwohnung ist, sondern dass es hier was sehr exklusives ist. Sie können gerne die Kamera schwenken, während ich rumgehe. Ich gehe noch mal nach vorne. Sie sehen das hier. Hier wird ein Videopanel angeschlossen, dass wenn unten jemand klingelt, Sie die Möglichkeit haben zu sehen, wer da ist. Jetzt ist gerade automatisch das Licht angegangen über den Bewegungsmelder. Und hier wird das Türelement erneuert. Und es lässt sich ein zweites Türelement, also hier die andere Seite, hier die rechte Seite von mir, die lässt sich natürlich auch öffnen, wenn Sie zum Beispiel umziehen. Ja, dass Sie auch breitere Gegenstände wie eine Waschmaschine oder ein Sofa reinbekommen. Und ich gehe jetzt einfach mal raus, dass Sie sehen, wo wir sind. Wir sind hier zentral in der Ludwigstraße. Da gibt es Eiscafé und so weiter. Sie sind hier direkt in der Innenstadt. In dem Sinne, wenn Sie das interessiert, wenn Sie eine Wohnung haben wollen, direkt in der Innenstadt ist, gehen Sie auf unsere Webseite, schalten Sie sich das Exposé frei. Ich gehe mal wieder rein. Das ist zu laut. Gehen Sie auf unsere Webseite, schalten Sie sich das Exposé frei. Dann kriegen Sie weitere Informationen und vor allen Dingen die Vollversion von dem Video. Ich werde gleich durch die Wohnung gehen und werde die einzelnen Sachen erläutern. Ja, also die einzelnen Räume durchgehen und dann können Sie die im Endeffekt sich das alles in Ruhe anschauen und kommen dann für Fragen gerne auf uns zu. Wenn Sie unser Marketing nutzen wollen, um auch Ihr Objekt zu vermieten oder zu verkaufen, gerade Vermietung lohnt sich natürlich dann auch regional. Wenn Sie ein Vermietobjekt haben, wo wir zwei, dreihundert Kilometer hinfahren müssen, dann ist es ein bisschen komplizierter. Aber wie gesagt, unser Spezialgebiet ist der Verkauf von Immobilien. Also da sind wir auch überregional tätig, egal ob es München, Nürnberg etc. ist. Unser Top-Objekt liegt gerade in Berlin, liegt bei 20 Millionen. Also von daher sind wir auch höherpreisige Objekte in der Abwicklung gewohnt. Wenn Sie weiter auf der Suche sind nach einem Objekt in Bad Kissingen oder Umfeld und Sie sind, ich nenne das mal YouTube-affin, dann gehen Sie auf YouTube, suchen uns und abonnieren einfach unseren Kanal. Dann bekommen Sie immer wieder neue Infos, wenn wir Videos hochladen. In dem Sinne war das für einen Trailer jetzt schon recht lang, aber ich bin noch ein bisschen rumgelaufen. Sie hatten einen kurzen Einblick. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei der Suche nach passender Immobilie und freue mich natürlich, wenn das Objekt für Sie interessant sein könnte. Kommen Sie bitte auf uns zu. Wir stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. In dem Sinne alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020